...Sieger heranzuführen aus der Regionalliga, wenn man bedenkt, der Abstand auch zwischen 1. und 2. Liga im Frauenfußball ist das schon gewaltig. Und dann gleich in der ersten Saison die vier Mädels schon als Stammspielerinnen unterwegs und im U19-Kader. Alle vier, tolle Leistung vom Trainer, der hier seine erste Saison...